Und jetzt ist die Frage, wenn ich das Christliche nehme, dass ich sage, ja, das wesentlich Christliche, was ist das denn? Was ist das denn? Im Grunde ist es so, dass es eine Begegnung von Himmel und Erde ist, die der Ankeleslesius so schön ausdrückt, der Himmel neiget sich, er kommt und wird zur Erden. Wann steigt die Erde empor und wird zum Himmel werden? Es ist ja diese, der Gottessohn ist uns gesandt, es ist ja diese Versöhnung eigentlich von Erde und Himmel, die da drin steckt. Und das kann man natürlich auch bedenken und kann sagen, wie ist das mit dem Geistigen und mit dem Irdischen? Und ich glaube schon, dass man den Grundgedanken des Friedens und des Sich-Entwickelns hineinnehmen kann heute und damit eigentlich das Wesentliche auch anspricht, was im Weihnachtsfest und auch im christlichen Weihnachtsfest immer drin war und ist. Sphärisch Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020